Wie heißt du? Ich bin Lukas. Kann ich dein Geld haben? Ja, auf jeden Fall. Also sehr gerne. Wie viel hast du? 10.000 Euro. Wie findest du diese Frau? Auf jeden Fall eine 10 von 10. Hey, das ist meine Mutter. Äh, ein bisschen unangenehm, aber egal. Deine Meinung zu Clash Games? Clash Games, äh... Ist der irgendwie dumm oder so? Kevin in einem Wort? Eil.